Hier steppt, ähm, schwimmt der Bär. Weil ein Braunbär in ihrem Swimmingpool chillt, ruft eine Frau aus Kalifornien die Polizei. Vermutlich wollte sich das Tier von der Hitze erholen, die gerade den Südwesten der USA plagt. An vielen Orten werden Temperaturen von mehr als 40 Grad gemessen, im Nachbarstaat Arizona sogar mehr als 46 Grad. Kein Wunder also, dass sich der Bär ins kühle Nass rettet. Die Beamten sollen ihn da nun wieder rausholen. Das Video postet die Polizei mit einem Warnhinweis auf Facebook. Bären nicht füttern, Mülltonnen sichern und Hunde nicht von der Leine lassen, ist da zu lesen. Wie man aber seinen Pool Bären sicher macht, verraten die Beamten jedoch nicht.